Hi! Boah, es gibt so viele Sachen, die ich machen möchte. Das Ding ist, irgendwie übernehme ich mich selber. Ich bestelle das eine, habe dann schon die andere Idee, fange das eine an, bringe das nicht zu Ende, fange schon was Neues an. Hier beispielsweise, wo ich bei Hornbach gewesen bin, einmal einen FI-Schalter von Hale kauft und dann auf jeden Fall noch diese, also mehrere von solchen Päckchen. Das sind eben die, wie soll ich sagen, für die Phasenschiene, die ich auch irgendwo hier liegen habe. Da muss man immer so gucken. Auf jeden Fall gibt es bei Haga berührungsschutzmäßig sowas. Und ja, da muss man gucken, wie das am gescheitesten passt. So rum und dann so. Oder? Warte, ich habe es gleich. Alter, das ist doch gar nicht so einfach. So theoretisch. Ja, perfekt. Also so geht es auf jeden Fall drauf. Und dann hat man hier einen Berührungsschutz einfach auf beiden Seiten und dann ist gut, das zu meinen, wo ich dann da gewesen bin. Ich hatte mich schon im Vorfeld darum gekümmert, irgendwie solche Musterkoffer von diversen Herstellern zu bekommen. Busch Jäger, Gira, Jung, Berker, Merten, alle möglichen angefragt. Ich weiß nicht, nur Busch Jäger hat sich telefonisch mit mir in Kontakt gesetzt. Aber irgendwie ist man da auch nicht so aufeinander gekommen. Dann dachte ich bei Hornbach, okay, fängst du einfach mal mit Busch Jäger an. Holst du dir einmal alles, was die da im Petto haben. Und dann wird es Busch Jäger, dann kommt Jung, Gira und so weiter. Und dann gucken wir, wie ist die Haptik der Schalter, wie ist der Klang, wie sehen die aus und alles mögliche, einfach um so einen Eindruck zu haben. Auf die Preise gehen wir ein. Was kostet dieses Modell, was dieses, um so Vergleiche zu ziehen. Am Ende noch Vergleiche zu den anderen Herstellern und so weiter, wenn man da ein bisschen so einen Überblick hat. Was haben die überhaupt? Wie teuer sind die eigentlich? Ja, was wollen noch? Ach genau, hier habe ich noch nicht abgebaut, weil ich nämlich noch eine Drehfeldmessung mit euch machen wollte. Das hat auf das eine Video nicht mehr drauf gepasst. Deswegen glaube ich 17 Minuten oder so, wo ich die CE-Dose und die Campingdose gemacht habe. Am Ende habe ich das hier zwar gemacht mit dem Drehstrommess-Dings, aber dachte mir, okay, ist jetzt nicht so nice geworden. Schneide es da einfach raus. Das Video ist eh lang genug und dann machst du das einfach nochmal. Das wollte ich nochmal machen mit euch gemeinsam in einem separaten Video. Dann ist hier noch was angekommen. Da werde ich dann im nächsten Video direkt drauf kommen, was hier drin ist. Das will ich mit euch zusammen testen. Und jetzt will ich noch die Verlosung machen bezüglich desjenigen, der die Lampen und das 5-Meter-Kabel für einen Anhänger gewonnen hat. Ja, das ist jetzt am Ende. Wollte ich eigentlich am Anfang sagen, habe es aber jetzt verpeilt. Genau, was gab es noch so? Ich glaube nichts mehr, oder? Ach doch, hier habe ich auch noch gekauft. Ich möchte nämlich irgendwie noch ein Video machen über Feinsicherung. Hier habe ich alle möglichen. Da gibt es ja, was weiß ich, Flinkträge, Mittelträge oder Mittelflink oder wie die heißen. Lassen nochmal Nahaufnahmen ein bisschen mehr Ampere durchfließen, um zu sehen, so in Zeitlupe oder so, wie das, ich glaube, das geht übel schnell, wie der Draht da innen drin kaputt geht. Wie man mit der Kamera Slow-Mo-Aufnahmen macht, weiß ich jetzt nicht, aber ich mache dann im Bearbeitungsprogramm immer die Geschwindigkeit auf Reduzierung und dann passt das. Ja, das war es dann an der Stelle. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mit der Verlosung am PC Random Comment Picker weiter und ja, bis dahin. Ey Leute, tut mir voll leid, da bist du auf das Licht hier oben, haben wir kein anderes. Ich werde euch gerade mal eine Insta-Story einblenden, weil es schon mal passiert ist in der Form. Hä, eine Sache ist mega eigenartig. Ich wollte gerade pennen gehen, das Licht war an. Ihr wisst, ich habe einen Shelly 1L drin da, mit einem Bypass da oben. Das in der Mitte ist eigentlich mit den normalen Lampen geschaltet und geht auch über den Schalter an und aus. Jetzt sagt der Shelly aber, er ist offline. Hier geht gar nichts und trotzdem bleibt da in der Mitte, wahrscheinlich wegen dem Bypass noch so Restschein. Aber wir machen das jetzt trotzdem einmal. Und ja, das Ding ist einfach, wo ich angefangen habe mit YouTube, dachte ich, okay, Unterverteilung und dann die Schaltungen. Und ich dachte, dann gehen mir sowieso die Ideen aus und so weiter. Aber dann kam das Bam Bam Bam. Ein Sache, man dann und dann die Listen und alles Mögliche und das noch und das noch. Und dann kamen Discord-Server und 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 Zuschauer, die feiern, was ich mache und alles Mögliche. An der Stelle nochmal Danke dafür. Und jetzt hier Aufnahme starten, damit ihr das auf dem Screen-Recording habt. Und hier ist das Video, der Clip-Anhänger Teil 3. Machen wir einmal hier rein. Und dann war Hashtag Lampe. Ich mache das per Keyword-Filter wieder. Egal ob Groß- oder Kleinschreibung. 85 Kommentare. Der Gewinner ist Fullman-Mode. Hashtag Lampe hat er geschrieben einfach. Glückwunsch an der Stelle. Und tu mir bitte einen Gefallen, wenn du auf YouTube drauf bist oder auch auf deinem Smartphone. Hier oben rechts klick auf dein Symbol. Und dann will ich da deinen Namen sehen und das Bild von dir, damit ich dich zuordnen kann. Und ja, melde dich unter der Gmail-Adresse oder Instagram. Alles bei mir in der Kanal-Info verlinkt und alles Mögliche. Screenshot davon machen oder auf dem Handy-Screenshot von deinem Kanal. Falls irgendjemand das faken sollte mit deinem Bild und deinem Namen oder so, dem komme ich auf jeden Fall schon auf die Schliche, weil ich werde mich auf jeden Fall nicht verarschen lassen. Das war es dann mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 T disposition. Tschüss. Dennis. Wall humana. ufacturing.